Hallo und herzlich willkommen an diesem schönen Freitag zu einer neuen Folge Super Mario Maker. Dieses Mal in der Sternenrangliste, auf schwierig. Und wir fangen an mit Bowser's Final Fortress von KT. Bin mir nicht sicher, ob wir das schon hatten. Aber wir werden es gleich sehen. So, hier gibt es ein Piddles. Moment. So weit, so gut. Okay, jetzt sind wir hier. Okay. Wir haben einen Schlüssel. Und kommen durch die Tür. Kein Problem für uns. Hier gibt es ein Checkpoint. Ja. Alles kein Problem. So, dann sind wir hier oben. Nächster Checkpoint. Durch die Tür oder nicht durch die Tür? Lieber durch die Röhre. Okay, hier haben wir Wiggler. Schlüssel. Schlüsselchen. Mal bloß wieder zurückkommen. Aber, das sollte auch kein Problem sein. Aber, das sollte auch kein Problem sein. Gehen wir hier rein. Hier weiter. Na, das war knapp. Aber auch das haben wir geschafft. So, weiter. Ziel. Mal bloß. Ja. Ja. War doch ein schönes Level. Zum Aufwärmen. Es konnte uns allerdings nicht aufhalten. Beenden. So. Jetzt haben wir das Super Slide House. Von Various. Ich glaube, das hatten wir aber schon, oder? Wir gucken trotzdem nochmal rein. Ich meine, dass wir das schon hatten. Ja, das hatten wir. So, warte. Machen wir einfach nochmal, weil wir da kein Fähnchen hatten. Das ist jetzt dumm gelaufen. Machen wir. So. Den hier. Mist. Das ist der letzte, ne? Das Level kenne ich nämlich noch. Das hatten wir auf jeden Fall. Aber einfach, weil wir kein Fähnchen haben, müssen wir es nochmal machen. So, zack. Was haben wir jetzt hier? Flammen. Das kriegen wir aber, denke ich, auch hin. So, pass auf, wenn die hinten ausgehen. Checkpoint. Das ist wichtig. Okay. Das haben wir auch. Da kommen wir jetzt gerade aber irgendwie super durch. Na, schade. Da unten wäre wieder ein Checkpoint gewesen. Machen wir das Ganze halt nochmal. Na, das hat diesmal nicht gereicht. Ach komm. Weißt du was? Egal. Wir hatten es schon mal. Ich will es jetzt nicht extra in die Länge ziehen, nur damit wir da ein Fähnchen dran setzen. Dinosaur Kingdom Move. Machen wir hier weiter. Ist zwar eine schöne Idee, mit dem Sliden. Aber wie gesagt, das hatten wir schon. Das müssen wir nicht extra nochmal machen. So, unten rein oder nicht unten rein? Nicht unten rein. Das müssen wir nicht extra in die Länge ziehen. Okay. Das ist ein bisschen fies. Das ist ein bisschen fies. Aber nichts, was wir nicht schaffen könnten. So, jetzt müssten die Dinger gleich wieder kommen. Dann müssen wir uns halt diesmal ein bisschen mehr beeilen. So viel zum Thema beeilen. Okay, ganz gemütlich. Wir haben ja Zeit. Das Bild bewegt sich nur langsam. So, jetzt nicht drauf. Okay, das hätten wir. Wie geht es jetzt weiter? So. Hier wahrscheinlich. Jetzt müssen wir da oben rum. Was? Da rein? Okay. Checkpoint. Oh. 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 Is he going? So. So. Okay, noch mal. Kommt da ein Pilz raus? Nee. Oh. Ja, soweit. Ja, das brauche ich aber nicht. Ach so, wir brauchen... Okay. Ich hab's verstanden. Dann gehen wir hier rein. Ob wir jetzt hier Riesenjoshis nehmen? Geschafft. Easy peasy. Das Schwerste war, glaube ich, bloß den Dino hochzukommen. Ja. Schönes Level. Schöne Idee. Sieht gut aus. Spielen wir mal M.I.D. von C.N. Liang. Mal schauen, was damit gemeint ist. Okay. Wir müssen springen. Okay. Der Sprung ist weit. Aber machbar. So, warte. Oh, oh. Nee. Gott sei Dank So, Checkpoint Ich würde aber gerne wissen, was da drin ist Okay Das ist doch blöde Ja, können wir direkt sterben Okay Wir müssen jetzt oben rum Und dürfen sowas nicht machen So, nochmal mit Sinn und Verstand Jetzt müssen wir den P-Switch mitnehmen Dieses Timing habe ich einfach noch nicht richtig drauf Weil man kann bloß ganz kurz auf den Dingern stehen So Soweit Oh Jetzt holen wir hier noch einen Ohne den kommen wir da nicht drüber Okay, ne Ich muss jetzt mit meinem Pilz, den ich da kriege Komplett da rüber Ohne mich treffen zu lassen Weil ich mich nachher von den Spitzen treffen lassen muss Slime City Explorer Das haben wir, glaube ich, auch schon, oder? Ja Das war das Ja Vergesst das Wir nehmen das nächste Face to Face Schauen wir doch da rein Das war schlau Ohne mich Das war schlau Das war schlau Was Bis dann Was 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 Easy game. Ganz easy game. No. Kann man mal machen. Face to face against Bowser. Den wir besiegt haben. So. Learn to ride a lift with style. Ne, das hatten wir schon. Das weiß ich nicht. Wollen wir Fly Your Fool noch? Ich hoffe, ich kann das. So, Federchen. So, das hätten wir. Ach so, da müssen wir schon fliegen. Okay. Nochmal. So, der lüpft die Dinger hoch, glaube ich. Okay, dann müssen wir nochmal nach oben. Ja. Easy game. Ach, das haben wir schon. Na, komm schon. Na, komm schon. Ich brauche jetzt hier nochmal so ein Dinger. Okay. 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 Jetzt müssen wir da nochmal hoch. Nee, rein komm ich da nicht. Das war auch kein Problem. Achso, da muss ich jetzt wieder drauf liegen. Oh. Nervt mich nicht. Oh. Da kann ich rein. Weißt doch nicht, was es bringt, aber okay. Das wollte ich nämlich eigentlich holen. So, dann gehen wir jetzt hier hoch. Ja, jetzt reicht mir der Schwung wieder nicht. Okay, ich muss noch mal aus der Röhre. Das war hier. Und die Plattform war da oben. Das kostet jetzt alles natürlich Zeit. Und das haben wir eigentlich alles schon gemacht. So, dann gehen wir hier rein. Jetzt müssen wir hier halt noch mal fliegen. So, dann kommen wir hier weiter. Kein Problem. Okay. Da mache ich wohl. Warte mal. Ah, ich habe Neustart gedrückt. Dich Idiot. Okay, vergess es. Wir sind eh schon über der Zeit. Ich wollte eigentlich noch mal den Checkpoint, äh, weitermachen. Aber ich habe es vergeigt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und schaltet nächste Woche wieder ein. Oder zu den Wochenendletsplays. Bis dahin. Haut rein. Dann können wir kein Problem.